Eine ganz bestimmte Sache sollte in keinem Illustrator-Training fehlen, und zwar spreche ich hier vom sogenannten Bildnachzeichner. Ich habe hier mal ein Bild geöffnet, das ich neulich im Heidelberger Zoo geschossen habe und das wähle ich hier einfach mal aus und in Illustrator ist es so, sobald ich ein Bild auswähle, taucht hier oben in der Leiste der Befehl Bildnachzeichner auf. Entweder kann ich hier direkt draufklicken oder aber ich habe hier neben so einen Pfeil und hier kann ich direkt verschiedene Vorgaben auswählen. In meinem Fall klicke ich jetzt einfach hier mal auf Bildnachzeichner und dann schauen wir mal was passiert. Wir bekommen nun hier so ein Ergebnis, das zwar noch erkennen lässt, dass wir hier einen Vogel haben, allerdings ist das nicht das Ergebnis, das ich gerne hätte. Aber kein Problem, ich kann hier einfach auf diese Schaltfläche hier klicken und dann bekomme ich nämlich die komplette Übersicht vom Bildnachzeichner und hier kann ich eben sehr viele Einstellungen treffen. Bei so ganzen Bildern gehe ich immer gerne hier erstmal auf hohe Fototreue und je nachdem wie schnell euer Rechner ist und wie groß euer Bild ist, kann das ein paar Sekunden dauern oder auch nicht. Illustrator hat nun fertig berechnet und man sieht nun direkt einen Unterschied, einen kleinen, Schleifern. Wir haben hier so kleine Farbabrisse drin. Das liegt aber einfach daran, dass wir nun kein Bild mehr hier haben, sondern wirklich schon Vektoren. Ich kann hier mal etwas näher herangehen, dann sehen wir auch, wir haben hier nun einzelne Vektorflächen und so kann man eben wunderschön ganze Bilder vektorisieren und einen sehr künstlerischen Touch damit erzeugen. Ich kann dann natürlich auch noch weitergehen und zum Beispiel die Farben erhöhen. Ich erstelle hier mal die Vorschau aus, sonst berechnet er jedes Mal, wenn ich hier etwas verändere. Ich kann jetzt zum Beispiel die Farben hochsetzen auf 100% oder auch niedriger, je nachdem, wie viele Farben ich denn gerne hätte hier drin. Dann kann ich die Pfadanzahl hier hochsetzen, also wie viele Pfade er mir hier reinbauen soll. Umso höher ich diese Anzahl setze, umso mehr kleine Pfade bekomme ich natürlich. Und umso länger wird auch die Berechnung später wieder dauern. Aber man kann hier so einen guten Mittelweg, denke ich, finden, wenn ich hier mal so auf 70% gehe oder so. Dann lasse ich das hier mal stehen. Dann kann ich hier einstellen, wie viele Eckpunkte er setzen soll. Wenn ich sehr viele Ecken hier haben will oder haben möchte, dann muss ich hier auf hochstellen. Dann kann es aber sein, dass meine Grafik wirklich sehr eckig und kantig aussieht. Deswegen sollte man auch hier wieder einen Mittelweg finden. Denn wenn ich die Ecken auf niedrig stelle, haben wir wahrscheinlich gar keine scharfen Kanten mehr hier drin, sondern nur noch Rundungen. Und deswegen ist hier wirklich wieder der Mittelweg gefragt. Und so kann ich hier eben alle möglichen Einstellungen verändern. Da würde ich euch empfehlen, einfach mal ordentlich hier die Funktionen auszuprobieren. Man hat hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann nämlich auch hier zum Beispiel nur mit drei Farben arbeiten. Oder aber man arbeitet hier mit Graustufen oder eben mit 16 Farben. Und hier hat man wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. Man kann hier wirklich sehr tolle Ergebnisse schon erzielen. Und man kann diese Vorgaben natürlich auch abspeichern. Ich werde hier einmal die Vorschau aktivieren. Dann wird das nochmal neu berechnet. Und dann schauen wir uns erstmal an, ob das Bild nun so in Ordnung ist. Und dann werden wir diese Vorgabe, wenn wir damit zufrieden sind, einmal abspeichern. Und dann zeige ich euch noch, wo diese Vorgabe dann zu finden ist. Illustrator hat nun fertig berechnet. Und mir gefällt das Bild hier eigentlich schon ganz gut. Und diese Vorgabe vom Nachzeichner möchte ich nun einmal speichern. Deshalb gehe ich hier mal auf Vorgabe. Und dann sage ich hier einmal speichern. Beziehungsweise ich gehe hier neben auf Vorgaben verwalten. Und kann dann hier als neue Vorlage speichern anwählen. Ich kann nun hier einen Namen vergeben. Hier sage ich einfach mal, hohe Fototreue, eigene Einstellungen. Und dann bestätige ich das Ganze mit OK. Und diese Vorgabe habe ich nun hier ganz unten. Und die kann ich jederzeit wieder auswählen. Ich mache nun mal diese Schritte rückgängig, so dass wir wirklich wieder das Originalbild hier haben. Dafür muss ich hier einige Schritte zurückgehen. So, nun haben wir wieder das Pixelbild. Und nun muss ich nicht extra wieder in diesen Dialog rein, in das große Fenster, sondern ich habe hier meine Vorgabe gespeichert. Also reicht es, wenn ich mein Bild auswähle. Und hier neben auf dem Pfeil, direkt hier unten auf hohe Fototreue, eigene Einstellungen gehe. Und schon wird das angewandt. Das wird wieder berechnet natürlich. Und dann habe ich direkt mein Nachzeichenergebnis, wie ich es vorher eingestellt habe. Wenn ihr also mehrere Bilder habt, die so ähnlich aussehen sollen, dann speichert euch eine Vorgabe. Und dann könnt ihr diese Vorgabe auf wirklich alle Bilder wieder anwenden. Wenn der Nachzeichner dann fertig gerechnet hat, dann können wir nun das Bild umwandeln in wirkliche Vektorflächen. Dazu geht ihr auf Objekt und dann hier unten auf Umwandeln. Dann wird nochmal gefragt, ob ihr wirklich alles umwandeln möchtet. Wir möchten einmal das Objekt umwandeln und auch die Fläche. Ich bestätige mit OK. Und Achtung, nicht erschrecken, jetzt haben wir hier wirklich sehr, sehr viele Pfadpunkte. Ein wirklich blaues Meer an Pfadpunkten. Wenn ich hier mal näher herangehe, seht ihr auch, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Pfade, die verstrickt sind. So würde man das wahrscheinlich selber nie hinbekommen oder man würde jahrelang brauchen, um das so zu machen. Deswegen ein Hoch auf den Nachzeichner. Ein Nachteil hat es natürlich, man hat nun wirklich sehr, sehr viel Arbeit, wenn man hier etwas nachbearbeiten möchte. Aber wenn man nur ein Bild hier mal etwas künstlerischer gestalten möchte, dann ist das wirklich eine sehr, sehr tolle Lösung. Wir haben nun hier in der Ebenenpalette auch kein Bild mehr, sondern eine Gruppe. Und in dieser Gruppe sind nun wirklich alle Elemente hier drin. Und einen weiteren Vorteil finde ich auch noch hier oben. Und zwar habe ich hier meine Flächenfarben. In dem Fall habe ich hier nichts drin. Aber wenn ich nun die ganzen Farben, die hier im Bild drin sind, gerne als Farbfelder hätte, dann kann ich hier einfach auf das kleine Menü gehen und sagen, alle verwendeten Farben hinzufügen. Das dauert dann wieder einen Moment. Und dann bekomme ich hier wirklich alle Farben, alle Farbtonabstufungen, die im Bild sind, als einzelne Farbfelder hier dargestellt. Und auf diese Art und Weise kann ich eben sehr schön Farben aus einem Bild herauspicken und so sogar eine eigene Farbbibliothek für ein Bild anlegen. Diese Farben kann ich natürlich dann wieder abspeichern, zum Beispiel hier über Farbfeldbibliothek speichern und später für andere Projekte wieder verwenden. Genau. Vielen Dank.